Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz mit einer Mordverstellung. Habe jetzt eine Zeit lang keine gemacht, aber die habe ich schon länger machen wollen. Die Mord gibt es ja auch schon länger jetzt. Das ist ein Mulcher, mit dem kann man Baumstümpfe weghäckseln, also zertrümmern. Jetzt ist da ein Ausrufrohr befestigt, wie beim Häcksler, aber es ist kein Häcksler, sage ich euch gleich. Das Gerät hat eine Leistungsaufnahme von 300 PS, entsprechend 250 KW, kostet 42.400, 75 Euro Unterhalt, hat eine Arbeitsbreite von 2,30 Meter. Ich finde hier ist ein tolles Gerät. Das habe ich jetzt. So, ich muss jetzt noch ein Baum fällen, weil ich habe jetzt schon ein paar gefällt. Also in der Karte wohnen jetzt zu viele, bin ich noch nicht bei der Forst. Jetzt drücke ich mich erst langsam hoch arbeiten. Das finde ich auch immer noch beim Umbauen der Karte inzwischen, deswegen habe ich momentan nicht so viel gemacht. So, genau. Also drücke O, da muss ich jetzt unten, oben, und schau. Jetzt ist er ausgerichtet. So, ich schalte noch ein mit B. Dann sieht es geil aus, wie da der Fuß rauskommt. So, man muss erst mal so rüberfahren, nachher mit V senken. Dann pfeffert das jetzt, wie man sieht, den Baumstumpf, das man deckt, nur noch hinten in den Finger rein. Das ist jetzt kein Wechsel, um Bäume komplett wegzumachen. Ich zeige euch gleich. Mal schauen, nachher, wie man sieht, das ist schön. Ganz ehrlich graulich. Man kann jetzt auch vorne her, nur drehen, dass man das sieht. Das hier ist nach unten klappen. Aber man kann jetzt das eine Teil, was nach unten ist, wo die Meldung kommt, wenn ich jetzt runterfahre, dass ich jetzt eine ausklappen soll. Das geht jetzt nicht mehr. Weil, ich weiß es nicht, das hat ja was mit Dessen zu machen oder was. Weil wenn ich jetzt das ausrauche, kann ich es immer noch nicht. Also, ich kann ihn nach unten klappen, aber geht nicht. Jetzt klappe ich das Rohr mal ein. Dann kann ich das Rohr, also, nach oben unten klappen, wie nur mal das eine Modul oder was das ist. Ich bin ja kein Spezialist. Naja. Sonst funktioniert dieser Mod einwandfrei. Ist ein super Mod. Die verwenden wir ja selber auch. Und wenn euch die Urteilstellung gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüßt euch, euer Franz.